es stimmt es ist ja auch rechten verweilen sich so lächerlich es geht abkommt jetzt die pussi traut sich der letzte bis letztes mal der frage ein rund fünf trolle gibt es nur noch ein Haus zu halten sich jetzt der ist zu kommen oder bei Kassel Leidigung okay Ich schreibe trotzdem, wenn er sich nicht, dann schreibe ich frei, ob er sich seine, ja, ja, ne. Nein, schreibst du nicht? Doch, Lokas, Alter, natürlich zeige ich dir wieder, ob er seine nicht fahrenden sch... Ja, gerne! Warte. Und 5, dann. Komm. Passwort ist 1, hast du streamst, sicher? Und 5. Ja, ja. Passwort ist 1, 2, 3, 4, auf ganz... Ja. Ist, bin ich on? Lokas, schau nochmal. Nee, warte, ich guck. Was streamst du, auf was streamst du? YouTube. Ja, schon. Wie viel, was, Passwort? 1, 2, 3, 4, auf privat. Ja, schreibst du nicht, wollte ich gerade, ähm, Ding schreibst. Komm du auf YouTube. Er schreibt, seidenanfang.net, schreibt er mir. Nein. Du kommst da drauf. Nee, 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 nee. Also mit VPN halt. Da ist drauf. Nee, nee, ich geh nicht auf Scheinescheiß. Doch, und 5. Toller. Kommt doch auf BSTS oder bist oder ziehst. Nein, Kevin, nicht schreibst, sonst kommt er eh nicht. Nein, nein. Ich bin leidigst. Kevin, da kommt er sowieso nicht. Da solltest du auch noch zugehen, dass er jetzt camped hat. Wie heißt du auf YouTube? Guck mal noch. Schweningen. Du gehst mal von Schweningen, Baust-Boot, nein, Darien, dann müsste er kommen. Das kann man sich auch mal fragen, oder ob er sich nicht traut. Also wenn man... Schweningen. 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 die Video-Kanal dann schreibt Meinzucht.ts kann man Meinzucht.ts wahrscheinlich kommt da gleich echt nicht drauf Meinzucht.ts bitte achte auf deine Wortwahl ach gratsch komm warte ne dann schreib ich Meinzucht mit lautzeichen und wenn er sagt Lern mal Deutsch dann seh ich ich glaub ich hab hier den besseren Ruf und 5 wenn juckt's kommt doch wenn juckt's kommt doch ja komm ja auch ok warte ich mach ein Channel ja mach ne zweite Verbindung aber wie die zweite Verbindung? einen neuen Tab ey Kevin du bist gar nicht so gut in Fortnite wie mein ich zweiter Tab ja bei Verbindungen einen neuen Tab natürlich jeder auch drauf ok ich hab noch nie jeden zweiten Tab es geht mit Lukas ja dann verbinden und dann hinter einen neuen Tab und dann kannst du da direkt den Mikrofon halt ein Mikrofon commuted weißt du ja Hans welchen Test geht ihr denn? Meinzucht meine Sucht bei Fragen schaut in unserem Support vorbei User Left Your Channel User Left Your Channel Channel Switched ey was ist das bei mir zeigt oben diese Endmute und so nicht wahr ich muss den anderen Tab jetzt schließen wie kriegt man den anderen geschlossen? was er da oben sieht man ja aber wie mach ich das denn? das ist ein ganzer x-trick auf ja kommt doch Troller Fabi der ist über uns ey aah nie über uns chill User Join Your Channel Moin Meister Moin Meister ok ich glaub nicht dazu das ist machbar gib mal einen oh ich brauche User Was Kicked Out Of Your Channel User Joined Your Channel Hi Deox 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 du musst den anderen also jetzt oh gut was macht Troller Fabi? komm doch komm ah sollen wir hoch? ja komm wir gehen jetzt hoch halt jetzt die gehen wir auf den Sack Channel Switched Hallo Hallo hey ey ich jetzt sind die wieder drin die mit dem Soundbott ähm ach ja lass neue Channel machen ey oder ich kick die Bandi ja Bandi ähm ähm gib doch einfach warum gibst du im Chat ne zu dass der Barcelonie mein Freund eins aus dem Knochenem sie gescammt hat? heh was lauerst du ja warum sagst du das nicht? was du lauerst Junge bitte alter gib mir meine sechsen Postboxen zurück und hol dir Du hast letztes Mal gesagt, wenn wir es zurückgeben, bekommen wir für das ein Scam 200k als Entschädigung. Ja, und ihr habt es nicht zurückgegeben. Ja, aber dein Freund hat gescammt. Ja, und ich habe gesagt, bekommst du 200k. Also, warte, wir fangen nochmal von vorne an. Also, Barcelonie, dein Freund hat 187 Knochen MC gescammt. Also ist das richtig? Ja. Warum sagst du dann im Chat, dass das nicht so stimmt? Hm, ganz einfach, weil das eigentlich ziemlich unwichtig ist, weil der eh nicht mehr ist. Warum? Warum ist das unwichtig? Ach, ist doch unwichtig, oder? Wenn ihr um sechs Bossboxen scammt? Warum eigentlich ich? Ich habe nichts damit zu tun. Ich war einer, der gescammt wurde. Ja, und deswegen habe ich auch Barcelona gescammt. Ja, ich habe gehört, gescammt. Dann kann ich mir genau sagen, dass du die Scam schallt und mit Barcelona befreundet hast. Das gibt gar keinen Sinn. Ja, das macht halt gar keinen Sinn. Und Bundy wird Teil mit dir weg. Was? Ja, das war... ...und mit Levi, äh, mit Levi, äh, mit Levi, genau, mit uns. Downport. Sag doch jetzt mal im Bonsucht-Chat, dass, ähm, der Barcelonie doch gescammt, 187 Knochen MC gescammt hat. Ja, aber hatten wir nicht eigentlich einen Deal so? Habt ihr den nicht auch gebrochen? Aber, ja, du gibst uns sowieso keine 200 Knochen. Deswegen... Und ein Scammer... Doch, ich werde nicht geben. Du hast sogar gesagt, du gibst uns einen Monat Zeit! Ja, in einen Monat, gell? Und das ist nur lang mit einem Monat. Das ist eine Woche. Wann ist das, Herr Lukas, eine Woche, oder? Zwei Wochen. Oder zwei Wochen. Ja, oder zwei Wochen. Ja, oder zwei Wochen. Drei Wochen locker, ja. Ja, wahrscheinlich drei Wochen. Ja, das kann sein... Ja, das kann sein... Du willst einfach wieder zurück Fortnite spielen, ha? Ah, ja. So wenigstens, schuldig. Hallo! Da passt ihr doch ganz gut hin, oder? Äh, äh... Ja, moin. Na, ist das PWA? Ah, ja. Ah, ja. Denkst du uns glauben welche, wenn wir reinschreiben würden, ähm, dass Barcelonie scammt? Denkst du uns glauben welche? Denkst du uns glauben welche? Denkst du uns glauben welche, wenn wir reinschreiben würden, ähm, Barcelonie scammt? Denkst du uns glauben welche? Nein, weil ihr selber scammt. So juckt das absolut niemanden. Und es ist wahrscheinlich sogar gerecht gewesen, dass... Ich find's hier eigentlich nicht, dass du sagst, dass ihr scammt... Ich find's hier eigentlich nicht, dass du sagst, dass ihr scammt... Allt, kann doch andere kann damit ruhig sein. Na, rolle Farbe, ich find's eigentlich, dass es sagt, nicht scammt. Ich hab eigentlich fast nix damit zu tun. Auf Nero werden mir Stacks Beacons first getropped, scammt frei. Also... Ja, gut. Oh, oha, was? Pfff. Jetzt sag ich, ich bin einfach so lächerlich. Ich hab nix damit zu tun. Nur weil es hast, was mein Freund ist. Kai Barcelonie hat mich auch gescammt. Du bist ein Freund. Ich schreib ja auch nicht rein, dass du mich gescammt hast. Nur weil ich mit Haze Buster befreundet bin, sag ich, ich scammt oder was? Das ist halt so lächerlich. Kann ich Ihnen genau sagen, du scammst. Ja, okay, dann scammt halt jetzt nur noch Haze Buster. Aber ich weiß auf jeden Fall auch, dass du auch mal gescammt hast. Ich hab, aber guck mal. Ich hab den Mütterrest gescammt. Ja, deswegen bist du immer noch Scammer. Scammer bleibt Scammer. Ja, schon. Ich hab sie aber zurückgegeben. Bla bla bla. Das gäbe ich auch zu. Aber sonst auf Dero hab ich a-sache. Ach so, du hast es zurückgegeben. Sicher, dass du jedem einzelnen angesch... Ey, yo, schau mal. Ich darf ich immer sagen, du hast safe am Anfang gescammt. Lass ihn noch mal ausreden, Kevin. Lass ihn noch mal ausreden. Jetzt, holle Farbe, ich hab's nicht verstanden. Was? Davon will ich erst mal Beweise sehen, dass du jedem dein einzelnes Zeug zurückgegeben hast. Nein! Dann scheiße hast du, du hast das Geld zurückgehalten. Der Mütter ist meinig. Ah, der hat ja eigentlich nur... Das ist nicht true, er hat nur einen gescammt. Geheil, und es war damit... Und es ist, und dann auf, ne, oder? Es ist ein Snide. Ja, es ist ein Snide. Oder, ja, wieder. Und ein Teil davor... Also, wir waren ja davor schon aufbaus. Dann sind wir halt gequitten davor, halt um Biegen und so gescammt. Das war aber früher. Dies, wieder weiß ich eigentlich nicht mehr. Boah, krass, Alter. Deswegen bleibt ihr trotzdem scammt, dann ganz einfach. Ja schon, alles gut. Das... Ich... Wir schreit es ja nicht, dass ich gescammt habe. Aber ich will nicht sagen, ob du schon mal gescammt hast. Ja, dann kannst du aber auch nicht sagen, dass ich nicht schreiben darf im Chat, dass du nicht gescammt hast. Hä, hab ich doch nicht gesagt, dass ich... hä, das... Ich hab ja nicht gesagt, dass... Ich hab ja nicht gesagt, dass... ein Beweis aus 187 Knochen entzieht, gescammt hat ohne Beweiskanzlerin. Warum sind denn eigentlich noch andere drin? Ja, keine Ahnung. Der D-Rex ist das Neurospiel auch. Wer zu, also mit uns zuerst gewesen, Bausucht. Denk ich jetzt auch? Denk ich jetzt auch? Denk ich jetzt auch? Denk ich jetzt auch, ja, weil ich mit denen befreundet bin. Richtig. Das ist eure Logik. Schlau. Ja, es sind halt Hauptschüler. Kann man nix machen. Nix machen. Nix machen, genau. Troller Fabi beleidigt auch nicht, also muss ich ihn auch nicht beleidigen. Hauptschüler ist ja keine Beleidigung, gell? Hauptschüler sind ja halt für schlechtere... Ist halt für schlechtere, die halt besser geschuldet... Ja, das ist ja halt... Manche brauchen halt zu besserer Hilfe, sage ich mal so. Herr Kunde, Mann! Kaka! Geld stets auf, oder? Nix machen wir, dass wir eigentlich null Begründungen haben. Es hat die Sorge. Ich kann das Kassmann schauen. Ich kann doch ausmachen und kann doch noch mal reden, oder? Ja, lass es an, das ist... Danke. War dich nicht verstanden. Aber jetzt... Ich kann mich jetzt fragen, ob er ihn sogar mehr zurückgegeben hat. Er hat sogar noch mehr gegeben, als er ihn gescammt hat. Dass er gescammt hat. Ja, schon hab ich auch. Ja, frag den Mr.Rest, schreib ihn an. Ich hab gescammt auf Griefer Gams. Boah, ja, Scammer sind die schlimmsten, Alter. Oh, ja. Schön mit PH-Falle und da... Ich kann zugeben, ich hab halt mal gescammt schon, ne? Ja. Warte? Ich hab halt gescammt, hab ne PH-Falle gemacht und... Das, äh, dass jeder fliegen kann, aktiviert. Ja, das ist blass natürlich, mein Kollege. Aber... Meine Logik ist ja so, wer mit ihm befreundet ist, ist ja automatisch ein Scammer gerade, weißt du? Das versteh ich ja nicht. Alter, du scammst jetzt sicher, geh weg. Ja, ich bin nicht scammt, Alter. Ich hoffe, dass alles der Scammer sich nicht ausräumen. Ich hab' meinen Chat sogar reingeschrieben. Deswegen... Ja. Hallo? Weißt du, Troller, Fabi, weißt du, was dein Vorteil ist? Weißt du's? Wenn du's errätst, kriegst du 10k. Dass ich nen besseren Ruf hab' als ihr. Nein, nein, das ist der... das ist der Vorteil gar nicht. Was denn dann? Ey, klar, ich bitte auch... Oh! 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 Den Rang hab' ich, by the way, auch aufs Kissen gezogen. Mir ist der Rang eigentlich scheißegal. Mir ist der Rang eigentlich scheißegal. Mein Vorteil ist, dass die Leute mir glauben, dass ich... Hallo, ich hab' angefangen zu reden. ...dass ich mein komplettes Leben lang Scam-Fly war. Ja, Digga. Nein, ich hab' nicht alles mal... ...ich hab' ich nochmal... ...weißt mal... ...ich hab' ich schon mal animiert, Alter. Ja, ich hab' ich mit den auch... Also diesen... ...Einig... ...Baus auch dann... ...n...müff-Grippe... ...nein, das ist so... ...was... ...ich versteh' jetzt seine Logik nicht. Aber by the way... ... du hast kein Beweis dass eins, dass die Knochen MC... Hallo, ich rede, gescammt hat, du hast kein Beweis, nicht einen, einzigen. Was? Das was? Dass er gescammt hat. Egal. Ich beim nächsten Mal mache ich einfach im Chat einen Screenshot, okay? Dann mach ich manchmal vom Chat einen Screenshot, da hast du einen Beweis. Die meisten haben, also Teil Abuse kennst du ja. Ich habe ja, der Witter ist gescammt und habe ein bisschen Abuse reingeschrieben. Ach, by the way, nur so, ne? Hey, heisbasterd, beim letzten Mal hast du doch gesagt, dass die Leute nicht gescammt haben. Ich habe Barcelona nicht gescammt, ja. Beziehungsweise, dass du dein Zeug doch zurückgegeben hast, warum hast du nicht gelogen? Hat's zurückgegeben? Ich hab's zurückgegeben. Nicht allen. Zum Großteil von denen ich's wusste, hab ich's zurückgegeben, ja. Oh mein Gott, Alter, ey, bitte geht euch vergraben, ihr Scheiße. Digger, warum, warum gehst du direkt, hä, warum sagst du direkt, geht euch vergraben? Zum Beispiel SVW Willi habe ich die 1,4 Mio wiedergeben, wenn ich ja scams sollte, hätte ich sie ja niemals. Oder ShortDNS habe ich nicht um 30 Mio gescammt. Ah ja. Reinigerisch, ich und 187 Knochen MC hätten ShortDNS um 30 Mio scammen können, wenn man nicht gemacht hat. Oh krass. Ja, so viel Geld habt ihr noch nicht, oder? Vielleicht wirst du da sogar abkauen. Aber du hast es, du hast es letztens, du hast in deinem Stream nicht Kurensohn genannt, hast du nach Instinct den Stream runtergenommen? Hast du nach Instinct den Stream runtergenommen? Ich habe mich auf YouTube-Fan den Namen. Hey, ich habe wirklich eine Trinne genommen, wenn dann hat ein YouTube-Fan den Namen. Wenn dann hat ein YouTube-Fan den Namen. Wenn dann hat ein YouTube-Fan den YouTube-Fan den Namen. Dann sagst du mal und sagst Kurensohn, dann gucken wir mal, ob das Team runtergenommen wird, okay? Zweitens, hast du in dem Stream gesagt, du hast das Zeug meinem Kumpel wiedergegeben. War auch eine Lüge. Was hast du gemacht? Du hast den Stream runtergenommen. Ah ja, ich habe den Stream runtergenommen. Ah, wahrscheinlich habe ich den Stream runtergenommen. Ja, ich kann sagen, der wird es echt, der dafür ist er zu faul. Aber es gibt genug, glaube ich, Teile-E-Mails und so von YouTube, dass vielleicht unter Stream runtergenommen werden. Gut, dass Haze-Buster mich mal gerade wieder angelogen hat. Perfekt, Räger. Ah ja. Mir reicht das jetzt. Was hat er denn gesagt? Was hat er gesagt? Mir reicht das mit dir, Räger. Was habe ich denn gesagt? Bitte, sag mal, was ich gesagt habe. Du hast gesagt in dem Stream, der Hurensohn, Troller, Fabi, glaubt mir nicht. Ich wollte Paul auch sagen. Also, weil ich gesagt, dass du eine Pussy bist. Ich habe halt gesagt, dass du eine Pussy bist. Weißt du, warum? Weil du willst ja nicht in den TS kommen. Du hast deinen Schwanz, kleinen, nicht fahrenden Schwanz, hast du eingezogen. Ey, was, du weißt noch, was ich noch wissen würde. Ja, was? Das ist halt alles so lost. Warum denn, Digger? Troller-Fahrer? Also, 7-Knochen-MC ist ein Scammer. Ja. Haze-Buster, 95, ist auch ein Scammer. Und ein kleiner Betrüger, Lina und ihr, der Großer. Und was bin ich? Bitte sag's, bitte. Tschüssi. Ja, zu geil. Bitte, bitte. Ich glaube, er weiß, dass er Unrecht hat. Hä? Ich glaube, er weiß, dass er Unrecht hat. Aber keine Ahnung. Am Anfang habe ich gedacht, er wusste, dass ich stream. Am Anfang habe ich gedacht, er wusste, dass ich stream. Auf einmal, er will ihnen jetzt sagen, dass Barcelona gescammt hat. Ja, das ist nicht zugeben, so wie im Ingame-Chat immer. Ja, dann hast du jetzt auf Aufnahmen, lass uns streamen online. Nenn den unten streamen. Ja, nimm die Streams nie auf offline, die man echt nur von YouTube gibt. Ich nenne die halt wirklich. Ja, nein, lass den jetzt offline online mal. Ich kenne, du musst, du machst irgendwie noch ein Video oder keine Ahnung. User was kicked out of your channel. User disconnected from your channel. Äh, 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 äh. Jock ist weg. Ähm, ich cutte es raus und so mach nochmal extra Video, weil eh wieder von YouTube untergenommen und mit Taschenmusik laufen oder so wahrscheinlich. Nö, nö, nö. Okay, dann wird es online bleiben, oder? Ja, kann sein, aber das André würde ich doch nicht, ich hätte, müsste doch dein E-Mail bekommen, oder? Hä, bei, ich kann auch noch drauf, ich kann gucken. Außer er ist einfach los, aber wahrscheinlich geht er 20 Stunden, Alter, er hat gesagt, er hat sich jedes Video angeschaut. Wahrscheinlich schaut er sich 20 Stunden durch, da oben. Ich bin schon dran. Da, da oben schau ich mir zu Recht. Ah, oh mein Gott, Alter, ist es. Warte, ein Tulli, Alter. Warte, das ist die Pause, das ist ja, das ist ja. Ja, ja, ich bin wirklich gerne mal raus. Ja, ja, das war's. Buddy disconnected from your channel. Disconnected. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Channel switched. Ah, ja. Jocks. The Haste. Disconnected. Beifragen, schaut in unserem Support vorbei. Disconnected. Channel switched. Jetzt, ich konnte das Mikro aber davon nicht wegmachen, einem sage ich das Stream. Seid? Ja, beende. Wisst ihr was, ich verstehe? Jetzt den anderen sagen, schaut einem dem Stream, er hat es zugegeben. Geh, ist so. Sende mal, sende mal bei beiden in den TPA. Und fünf. Ich will noch gerne eure Sachen ins Impfwachen, an die ich hier meine. Ja, ich hab ja alles so. Dann nix mehr in den Game Chat einfach. Der ist eh nicht, der doch. Du es jetzt. Du weißt, dass ich verstehe, warum ich nicht auf der Scammer-Tafel steht. Ja, obwohl ich so ein großes Scammer bin, laut ihm. Und das mit, äh, wie heißt, ich stehe ja dran mit, äh, wie heißt, ich bin's nur noch ums Bonner, obwohl das nicht mal stimmt. Und, und ich steht dran mit, ähm, Tomstar, obwohl es auch nicht mal stimmt. Ah. Nein, hier, bei der Scammer-Tafel von Trawler Fabi, da steht ihr beide nicht dran. Ja, aber trotzdem, bei der Scammer-Tafel, bei der normalen Scammer-Tafel auf Gold, gell? Das macht halt gar keinen Sinn. Ich bin's nur noch nicht mal ums Bonner gescannt. Und, ähm, Tomstar habe ich Beweise, dass ich ihm sogar das Geld gepayt hab. Los, einfach. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie jetzt immer noch hat. Ja, um zu schaden. Guck mal, doch, der Fabi, der ist das doch die ganze Zeit. So eine Ratte, Alter. Also wahrscheinlich eher, ja, Gable, lasst einfach Juckdorch. Ich will den jetzt wissen, das ist jetzt, ich bin noch live. Und wenn der jetzt schreibt, nein, das stimmt nicht, dann ist das der Kröcher. Ich mach da nicht mit, Decker, das ist ganz euer Problem. Wie mitmachen. Ja, ich schreibe jetzt nicht noch was rein, Decker. Ich schreibe auch nichts rein. Ich schreibe auch nichts rein. Aber ich will nur mal wissen, ob er jetzt schreibt, ähm, wie heißt's? Ja. Ja, super. Wenn er nein schreibt. Er hat auch nicht geantwortet, bla bla bla. Okay, auf einmal. Ja, ich mein, Scam, immer Scam, dann ist so gut wie jeder Spieler ein Scammer, also. Jeder hat schon mal gescamt, also. Jeder hat safe schon mal, wieder. Okay, ich hab hier, ähm, den einen Jynos World, oder wie der auch mal heißt, gescamt hab. Warte, Landraten ist das Scampt um mehrere Millionen. Mehrere Millionen. Und fünf Antworten. Ja, sag ich, voll in Ehre, wenn wir mal hier reinholen, Decker. Ja, ich hab hier drauf. Ich mach halt. Das ist so korrekt. Mehr. Oder, keine. Nee, ich schreibe jetzt nicht über keine Eier, Decker. Nein, das kann mir. Keuern, ja, keuern. Ja, er hat halt, eh, also. Hab's mit einem Monat teillassen, hat er auch nicht mehr zugegeben. Ja, das ist so, äh, das ist, auf einmal, äh, ich, äh, das ist, auf einmal, äh, das macht halt, auf einmal, im Monat, auf einmal, auf einmal, sagt er, oh, vielleicht, das war drei Wochen her, oder so. Ja, die haben für 6,5 Millionen bekommen. Ich bin voll rich jetzt. Warum? 3,7 Millionen. Ey, guck mal, er traut sich halt nicht mal auf die Antwort. Ich, 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 okay, ich glaube, er, er schaut mal ins Stream, ey, schön, guck mal, er, er lässt es nur. der schaut gerade sie sind deswegen antwort geschrieben was er gesagt hat was das habe ich schon es waren mehrere millionen hört sich so an wie zwei millionen und es waren 1,2 dann eigentlich oder wo bosque box 300k pro rechnet ja so um die 1,2 millionen und mich hatte um 40k gescammt es tat mir richtig weh was hat er sich denn gescammt mal ein bieten ich wurde es so lange nicht mehr gescammt hat es auf einmal fand ich lächerlich ich schreibe jetzt oder er muss echt mal kaufen weg ein zu dick schreiben dann beachtet er es auch ja es hat echt so lächerlich vorher der reingeschrieben du kleine landratte mit deiner lern und schrift ich schreibe jetzt antworte im chat du traust du dich nicht mit per msg er schreibt da rein das ist so eine pussy für was alle herkommens auf kevin du bist gar nicht so gut und fort mit des real talk das habt ich im chat ah ja ich schnecke will reinkommen rein lassen die ganze zeit beleidigen die warte schnecke ist korrekt oder ja schnecke geht ab öffentlich das ganze machen als ob man ihn nicht hören ok ich mache ganz leise dass wir bei ihm zwischendurch reden können user jointer channel ah schnecke ich eigentlich drauf ich das ist ein schütter ja das war ok ja ich stimmt kann der auch hier bei einer provoziert kannst du wieder rausgeben er kann es mal trolle fahrer wie voltband bitte ne wir haben sogar beweise bitte ich kann nicht rotband was hat er denn gemacht er behauptet dass es halt jetzt er ich weiß mc kevin hat mich auch wie blablabla habe ich schnell gesagt aber halt ja nicht nur ich hallo ja ja der hat im stream von kevin zugegeben dass sein kumpel ihn gescamt hat aber jetzt will er es wieder nicht zugeben jetzt behauptet er dass kevin nur mehrere millionen gescamt hat du kannst doch gerne im stil gucken kannst du auch zurückspüren ich darf aber nicht leute wort man wenn die behaupten dass das käme nein 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 der hat ihn ja auch gescannt hat sein kumpel so weißt du hey dann darf ich doch nicht egal weißt du wie oft du ein wort man es ohne grund das kannst du es auch einmal machen bitte da würde ich gebannt wahrscheinlich aufgeheuert zu ist muss nein ich kann nein ich gebe dir 100k nein ich kann ich habe dir 52k das ist ja meine rechte liebe nein digga das ist ja mit der niemand der sie haben so viel zu gucken ich habe schon eine verwarnung bekommen dass ich nicht mehr recht auf jeden da auf wem der Welt immer sagen dass dann jetzt schon jeder trägt der entwicklung knusse von dem was jeder auf dem server eigentlich schaut oder 70 prozent von dem server eigentlich ja jeden treten lassen verwandeln bekommen ich habe mich daran bekommen aber ich habe so viele leute ist und viele haben mich wie portet aber was ich bekomme also viele haben mich gestern und so wie portet aber wahrscheinlich bekommen also das ist doch rein oder nicht ich bin weil wir haben das wert ist gern durch den schwert gescannt mit schärfen 2 ich weiß das nicht und deswegen bin ich auch aus ltf geflogen weil ich wirklich im schwert gescannt habe das ltf was ist das ltf ltf sollen kein plan aber das ist nicht krass oder was für ein schwert hast du gescannt ein fucking gesignte schwert und so behinderten wass hat er das hat er denkt mal hey was er hat es nicht gehört bekommen also auf sein gs war pvp an und ich war von der erste neid und hat nicht der ich war so in der mitte auf der straße und er hat mich geschlagen durch und um ein gott nur leeren oder nur lx und wills gehen er will nicht mit dem m machen ja ok und dann wird sie gekillt er redet er bei euch nicht oder doch doch also warte dann hatte ich das bessere schwert habe ihn gekillt warte ich mache jetzt noch eine box box auf also wo bist du ich muss boxen auf er hat die gast auf den städten gestern 1 8 7 219 ich habe das aus von einer gewonnen er hoffnisch ich habe gehabt für einen wirklichen bachwunner gewonnen der größte denn ich habe nicht verkauft wie viel es war und er war mit auf dem gestern reichnet die Loks mit Schmerz so was ist 20 der Schauspieler Zahnbierwerke ja 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 aus Bonn ein Jahr 20 jahre er ist 20 Uhr Mann ja ich sag mal was ist denn jetzt im Alter ist gemeint hat weil ich abgefragt hast du noch bei einem Knopf egal warum bist du bei ihm so noch der Gärtner hätte ich auch weggewandt da hat sich nicht gewöhnt der Nachmittag es ist immer so noch ist in Ehremann er ist nicht an mann Prozent ähm es war ein Real Talk? ja ich kenne aus dem Channel bitte nee ich find's für Real Talk, der ist ein Ehrenmann der ist ein Ehrenmann User was kicked out of your channel ähm also also der Channel Group changed ja, kick lieber, also das ist das das ist haha your channel was edited ich war wieder öffentlich als ob er es ernst meint, hä? was? dass ebenso noch ein Ehrenmann ist schmutz seid ihr digga, hä, als ob du wirklich findest, dass es ein Ehrenmann ist ja warum? hat er dir irgendwas gespendet? hä? hat er dir irgendwas gespendet? nein das ist ein Ehrenmann das geht digga, ich weiß nicht ob er es ganz ernst meint, Real Talk nicht was meint der nicht ey, Lukas, wie viel ist das GS hier wert? 800k mit den Köpfen wenn du pro Kopf 800 welches GS? die sind aber auch noch Köpfe am Anfang des Spawns die siehst du ja auch, oder? auf welchem GS? ich kauf das brauchst du es? brauchst du es? digga, ich wills kaufen, bitte mit mm ne, ich hab schon gekauft mit der mm ich mach gleich noch ne Box auf digga so hä, da heißt das dumm, das ist mehr wie 8 Balkaner na, was lab? v, n v n, l, t, y und dann tab da ist er ah, puh tab ist der, er weiß nicht ja, was ist das er weiß nicht, was mm ist so ein laber sag ja, das ist mehr wie 8 soll ich den mm machen? ich bin Supreme digga findest es, ich mein, ich mein, das ist nur Retalk findest es ein Ehrenmann ja, er findest ja, das ist meine Meinung ich findest es ein Ehrenmann was hat er denn gegeben? hey, der muss doch nichts geben hä? das ist also ein Ehrenmann ich kenn ihn, also, ich kenn ihn schon seitdem, also seitdem ich angefangen habe auf Bausucht digga, der hat so viele Leute weggescampt, frag mal im Chat ob er scammt, bitte ja, der hat gescampt, aber nicht mehr ja, super ja der immer bleibt scammer 200 IQ ok, Haze Barser, du scammst 1 aus ihm, Knochen nimmst hier, du scammst der auch, du scammst, wahrscheinlich auch ok, was, ok wann hat er? nein, ich will wissen, weil ich den gescampt habe ich scammt alle ich scammt alle ich scammt alle ich scammt alle du hast einen Scammer-Channel, komm ich nenne den Scammer-Channel ne, ich will es noch gerne wissen wenn du sagst, ich hab einen gescampt, dann will ich gerne einen Beweis haben wo ist er denn? ich, ich brauche äh scammmer-Channel, perfekt digga, weißt du, wenn ich scamm würde, digga, ich würde den nicht dumm scamm, ich würde dir auf den zweiten Account scamm, so weißt du ich scamm das gleiche ist es ja ich scamm halt um so die Erschwerte ich, ich weiß nicht, ob er das real meint mitzunehmen ja, er meint das real oh mein Gott, digga er hat mich als Scammer bezeichnet, weil ich mit einem Preis mit ihm nicht einig geworden bin ja und ich hab sogar ne Auflage davon er hat was hast du gesagt, dass er reingeschrieben hat, dass du ihm spawne scammst ich hab halt gesagt, dass er um mich um 30 Köpfe scammt und dann fahre ich mich hin und spawne ja, der schreibt rein digga, ich wollte sein GS kaufen für zwei, eine Million er so, ne, 1,5 ich so, ne, 1 hat hier mal ne Boxbox auf einmal schreibt er rein Deox, ich scammt, Deox, ich scammt hat er die ganze Zeit dann reingespammt ja, wo ich auch gesagt hätte, er scammt im 30 Köpfe auf einem scamm gegen Spawner ja, genau, digga da hatte ich noch nicht mal einen Spawner, alter und da hatte ich immer so viel Münzen und so ja, ach, keine Ahnung digga, der ist elf, der ist elf, real talk, der ist elf ähm ja, der traut sich nicht mal im Discord zu reden, alter weil es einfach n wieso, das ist so ein Spassi ich hab sogar ne Aufnahme da schon, wie er mich scammt wollte der traut sich nicht im Discord zu reden warte, hast du seine Discord-IP? soll ich den wegdossen? ich hab ihn noch nie gehört, also ich weiß nicht, ob ich... doch, ich hab ihn mal damals DS gehört, aber... aber nein, der ist nicht elf, ich hab ihn auch mal gehört der hat er mich dann... der hat doch uns beleidigt mal, waren wir nicht mal bei ihm, schon? Nein, nein, ich bin mausend zu hinteressen mit den Soundbot und so da hat er nämlich geredet Soll ich dir die Aufnahme schicken, Schnecke? Willst du, soll ich dir die Aufnahme schicken? Hä, der hat mich angestuchst. Das, Digga. Digga, das war Soundbot 222. Das war jetzt Sound 200.000. Der hat's nix gesagt, äh, was ist das? Hä, das war Soundbot ist 200 EQ mäßig. Hey, wake up. Wer will denn die Aufnahme haben, wo er mich, wo er geschrieben hat, dass ich scam? Und wo wir nicht mal den Trader haben, weil wir zu 30 einig wurden? Guck mal, das Problem ist scam.